hier spricht wolfhammer liebe freunde dies ist mein sechzehnter bericht über den killer blues wie mein ghostwriter den fall nennt ein unerwarteter besuch führt mich zurück in das jahr 1968 und konfrontiert mich mit dem von grund auf bösen wenn ihr über die weiteren folgen benachrichtigt werden wollt einfach abonnieren falls ihr die audiobookserie euren freunden vorstellen wollt gerne weiterleiten bis dann euer wolfhammer sechzehntes kapitel killer blues ein wolfhammer krimi von h m schemske gelesen vom autor wolfhammer war nicht aufzufinden als miriam ihm das ergebnis ihrer recherche über eine verschlüsselte app übersenden wollte wurde ihr klar dass er sein handy ausgeschaltet hatte jetzt konnte sie wolf das überraschende ergebnis gar nicht mitteilen das objekt ihrer nachforschungen der sektenführer alois ruback hatte in der nähe von passau gewohnt als im jahre 2000 seine eltern starb sein großes erbe konnte er aber nicht sofort antreten weil er kurz davor nach § 182 strafgesetzbuch darin geht es um den sexuellen mißbrauch von jugendlichen zu einer mehrjährigen gefängnisstrafe verurteilt worden war erst nach seiner freilassung war er im jahre 2009 nach freiburg gezogen und hatte eine villa in günthersthal gekauft seine anschließende karriere als ihre heiligkeit wie er sich nennen ließ begann mit der übernahme einer der pfingstbewegung nahestehenden freikirchlichen gemeinde deren oberhaupt verstorben war miriam hatte sehr viel zu tun und konnte die angelegenheit nicht weiter verfolgen sie legte den usb stick mit dem dossier in ihren großen firmensafe und beschloss erst einmal abzuwarten die breiten reifen einer limousine quietschten auf dem glatten betonboden der freiburger bahnhofstiefgarage als der fahrer in einen freien stellplatz einbog er stieg aus und öffnete die hintere seitentür er bückte sich in den wagen und holte unter dem fahrersitz eine plastiktüte heraus deren inhalt er auf den rücksitz gleiten ließ dann leerte er seine hosentaschen in den beutel und schob ihn wieder in das improvisierte versteck den parkschein legte er auf die mittenkonsole der mittelgroße mann trug einen hellbeigen leinenanzug durchbrochene braune sommerschuhe und weiße socken von der heckablage holte er einen panamahut und eine flache ochsenblutfarbene tasche aus auffällig genarbtem alligatorleder als er seinen arm ausstreckte war seine rolex und am anderen handgelenk ein voluminöser torx zu sehen das keltische schamanenschmuckstück war wie die rolex aus einem angeberisch glänzenden gold gefertigt dicke goldketten die unter seinem bis an den bauchnabel offenen und sehr bunten hawaihemd verschwanden vervollständigten seinen habitus er nahm die autoschlüssel zur hand warf die türen zu schloß ab und legte den schlüssel auf den vorderreifen als er die steigung der parkhausausfahrt heraufkam grüßte ihn die schräg gewachsene große kiefer die ihn schon seit seiner kindheit fasziniert hatte die große kraft und zähigkeit dieses baumes der allen bemühungen widerstand ihn auszurotten war ihm ein großes beispiel dann ging er hinüber zum freiburger hauptbahnhof und stieg in ein wartendes taxi hatte es geklingelt wieder einmal war keiner da um zu öffnen also ging alois ruback selbst zur haustür er öffnete gerade fuhr ein taxi davon aber er sah niemanden doch jetzt kam jemand auf seine villa zu es war ein kerl der in ein hawaihemd mit dermaßen schreienden farben gekleidet war dass es den augen wehtat wer sind sie was wollen sie fragte er den hanswurst sind sie von der spirituellen kirche fragte der mann mit einem seltsamen akzent er sprach wie ein deutscher der lange in amerika gelebt hatte alois war zu überrascht um etwas sagen zu können und nickte nur grüß gott ich bin gründer und inhaber der stiftung freie seelenbewegung aus tolsa oklahoma wir haben sie mit gottes hilfe für eine größere zuwendung aus ersehen alois war erfreut eine spende wofür wie viel kommen sie doch herein wie soll ich sie nennen der besucher klemmte seine aktentasche unter den arm und reichte alois die hand ich bin jim darf ich sie alois nennen sie durchquerten den eingangsbereich und traten in ein büro das ebenso wie die halle mit dunklem holz getäfelt war jim räusperte sich zu deinen fragen wir sind vom clan und wir haben in dir einen gesinnungsfreund erkannt unsere nachforschungen haben ergeben daß du absolut vertrauenswürdig bist das große werk in unserem sinne hierzulande fortzuführen alois rutschte nervös auf seinem chefsessel herum was war da nur los sollte das etwa ein betrüger sein aber die wollten doch meistens geld und der hier wollte etwas geben jim fuhr fort die spende beträgt zwei millionen us dollar entsteht selbstverständlich zu deiner freien verfügung er rückte näher zum schreibtisch und öffnete seine aktentasche zum vorschein kam ein dokument das er alois hinüberreichte ah die zentralbank von belize sagte alois beeindruckt nur die vielen nullen verwirrten ihn ein wenig jim sagte schnell hast du ein schweizer norman konto wenn nicht können wir dir helfen ein sein zu richten du willst diese kleine spende doch nicht etwa direkt auf das kirchenkonto leiten oder alois wollte alles nur das nicht und nickte habe ich wo muss ich unterschreiben fragte er aber jim lachte nur nirgends ich habe es ja schon unterschrieben siehst du ich brauche nur deine kontoangaben und es wird überwiesen bist du online dann ist die kleine transaktion in minuten erledigt und wir können uns einen genehmigen alois öffnete seine laptop ging in sein konto und prüfte einen eventuellen geldeingang jim hatte unterdessen seinen kleinen tablet computer geöffnet den bankeinzug bestätigt und alois sah den in euro ein wenig geringeren betrag nach einer weile auf seinem konto es war wahr ein gewisses unbehagen blieb aber doch wer war dieser kerl und von welcher organisation er hatte den namen dieser so überaus hilfreichen bruderkirche bereits vergessen als ob jim gedanken lesen könnte antwortete er also unsere stiftung frei seelenbewegung ist so etwas ähnliches wie bei euch ein wohltätiger verein wir stehen dem clan nahe habe ich das schon erwähnt sagte jim schnell und in einem eindringlichen ton clan fragte alois deren gedankengeld zählte jim lacht und rief aus na der kuklux clan kennst du den nicht alois nickte jim sprach weiter bei euch sind doch zum beispiel polizisten aber auch ehrbare bürger dabei beim kkk zu sein ist auch im alten homeland gebräuchlich sein akzent war wieder stärker geworden alois erinnerte sich an seine gastfreundschaft und öffnete ein fach in seinem schreibtisch er hatte nur klaren danziger goldwasser aber jim protestierte nicht sie erhoben die schnappskläser und tranken wie herrst du es mit den traditionen fragte jim der mühe hatte das scharfe getränk zu genießen ohne sich zu verschlucken alois wirkte jetzt fast beleidigt traditionen mein großvater war mitarbeiter von gert dem waffenhändler und ehemaligen ss offizier der wiederum ein intimus von paule war ich selbst fuhr alois fort bin mitglied im freundeskreis colonia dignidad und fahre oft nach chile jim es war niemand anderer als der verkleidete wolfhammer wußte daß der paule sich 1968 den ermittlungen der deutschen staatsanwaltschaft entzogen hatte in dem er mitsamt seiner pfingstlergruppe nach chile floh und darüber hinaus noch mehrere jugendliche entführte und mitnahm wobei er ihnen ein urchristliches leben im gelobten land versprach die in deutschland und österreich zurückgebliebenen eltern bemühten sich erfolglos ihre kinder wieder nach hause zu holen wolfhammer schloß die augen er versuchte sich über seine empfindungen klar zu werden er mochte diesen kerl der ihn treuherzig anschaute und anscheinend die gute wahre lichte seite vertrat mit direktem draht zum allerheiligsten während jetzt alois sehr abwesend wirkte er zählte immer noch geld versank wolf in eine tiefe trance die dunkelheit wuchs er sah die mehlstraße eine spirale die sich endlos drehte während sie sich unmerklich nur vorwärts bewegte und als er genauer hinsah entdeckte er einen stern der war nahe dem wandelstern und er verführte und er hatte kraft die innere kraft einiger sektenführer kommt von eben diesem dämonenstern während der geblendete meint von heiligen kräften geführt zu werden wolf rüttelte sich wach er schimpfte mit sich selbst daß er diesen verbrecher nicht verachtete aber er wußte es gibt nicht das böse an sich sondern wir alle tun es manche mehr manche weniger sie hörten das sechzehnte kapitel von killer blues ein wolfhammer krimi von h m schemske gelesen vom autor